Hey, ich bin Mirko Becker und das ist damals in Frankfurt der Podcast, in dem ich mit Menschen spreche, die zu Frankfurts Geschichte ihr ganz eigenes, individuelles, aber super wichtiges Puzzleteil beizutragen haben. Heute bei mir zu Gast ist Andrea Jansen. Sie ist die geschäftsführende Vorsitzende der Freunde Frankfurts, ein Verein, der sich unter anderem damit beschäftigt, Frankfurts Geschichte, Kunst und Kultur zu fördern und sich für den Erhalt von bedeutsamen Baudenkmälern einzusetzen. Andrea, die kennt sich aus mit Frankfurts Geschichte, so hat sie unter anderem über die großen Landstraßen der Stadt berichtet oder das Badener Mainufer genauer unter die Lupe genommen. Vor einiger Zeit war sie Stadtheilhistorikerin der Stiftung Polytechnische Gesellschaft und hat sich mit den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs in Frankfurt beschäftigt. Damit wie das mit dem Einmarsch der US-Alliierten hier in der Stadt so war und wo die Soldaten in den ersten Jahren in Frankfurt dann lebten und wirkten. Und genau darüber reden wir heute, über das sogenannte US-Sperrgebiet in Frankfurt zwischen 1945 und 1948. Hallo Andrea. Hallo Mirko. Bevor wir jetzt mit dem US-Sperrgebiet starten, gibt es noch eine kleine Einstiegsfrage und zwar, was ist so dein absolutes Highlight in Frankfurts Geschichte, wenn du dich wirklich auf eine Sache festlegen müsstest? Da fließt mit ein Person, Ort, Straße, Bau, Brücke, was auch immer. Es ist tatsächlich die Befreiung der Stadt Frankfurt durch die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg. Also insofern ganz nah an unserem heutigen Thema dran. Das hat auch familiäre Gründe. Dann steigen wir da direkt ein. Wir reden da heute drüber, weil du dich, wie eben am Eingang schon erwähnt, da detailliert mit auseinandergesetzt hast. Wir gliedern die Folge so in ein paar Teile, würde ich sagen. Also einmal der US-Alliierten, die ersten Tage nach dem Krieg und dann die Errichtung des Sperrgebiets, Beschlagnahmung von Wohnraum und auch öffentlichen Raum und dann der Rückgabe. Bevor wir zum Sperrgebiet selbst kommen, starten wir ein bisschen vorher. Wir springen in den März 1945. Vielleicht kannst du so ein bisschen beschreiben, bevor die amerikanischen Truppen hier in der Stadt waren, was das so für ein Frankfurt Ende März 1945 war. Das war eine sehr leere Stadt, denn im Jahr 1945, zumindest zum Anfang des Jahres, waren ungefähr 250.000 Menschen in der Stadt. Und im März bereits oder quasi direkt nach dem Einmarsch der Amerikaner hat man mal gezählt und da waren es noch 100.000. Das heißt also, es war eine leere, sehr, sehr kaputte Stadt mit keiner Infrastruktur, keinem fließenden Wasser, kaum Nahrungsmitteln und schwierigen Lebensumständen, kann man sagen. Das lag wahrscheinlich dann auch vor allem an den verheerenden Luftangriffen vom März 1944. Genau. Und kann man sagen, dass die Frankfurter Bevölkerung, die noch da war, einfach so ums auch nackte Überleben kämpfte? Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Dadurch, dass die Stadt eben so kaputt war, besonders die Innenstadt, hat eigentlich das Leben hauptsächlich in den Kellern und in den Bunkern stattgefunden, denn oben war ja nichts mehr. Und dann, wenn wir jetzt mal so Richtung 23. März 1945 blicken, gab es aber dann auch Aussagen vom Gauleiter Jakob Sprenger, die dann kurze Zeit später auch wieder, ja, wir das Gegenteil werden sollten. Vielleicht kannst du da kurz was zu sagen. Kann ich sehr gerne sagen. Also am 23. März hat Jakob Sprenger, der Gauleiter, verfügt, dass also keiner die Stadt verlassen darf und sämtliche kampffähigen Männer und Frauen sich gegen den Einmarsch wehren sollten und gegen die Amerikaner kämpfen sollten. Weniger als 24 Stunden später hatte er seine Meinung geändert, sagen wir es mal so, und hat verfügt, dass kein Mann und kein deutscher Mann und keine deutsche Frau in die Hände der amerikanischen Armee fallen sollten. Und hat die Räumung der Stadt von diesen Bürgern verlangt. Das war aber gar nicht möglich, weil es völlig unorganisiert war. Es gab ja keine Transportmittel, es gab nichts. Die Leute sind genau da geblieben, wo sie vorher auch waren, in den Kellern, in den Bunkern, in den Ruinen. Weißt du, ob man das noch ernst genommen hat, diese Aussagen dann, oder hat man so versucht, auf sich selbst zu achten? Genau. Man hat das überhaupt nicht mehr ernst genommen. Also man hat ja gewusst, dass die Amerikaner auf dem Vormarsch sind. Wie viele Menschen in Frankfurt jetzt tatsächlich wussten, dass die bei Oppenheim schon über den Rhein gekommen waren und über Darmstadt Richtung Frankfurt marschierten, kann man nicht sagen. Aber sie haben es gewusst und sie haben die, also sie haben die, den Gauleiter und auch den Bürgermeister überhaupt nicht mehr ernst genommen. Dann werden zu der Zeit noch, ja, so letzte Anweisungen Richtung, kann man sagen Wehrmacht gegeben im Sinne von, wir müssen jetzt die Brücken sprengen, oder? Genau. Also da wurde versucht, das irgendwie auch noch zu beeinflussen. Genau. Also die erste Brücke, die gesprengt wurde, war tatsächlich die Brücke in Hanau. Das ist auch nicht besonders gut geglückt. Man weiß heute nicht mehr genau, ob es am Mangel an Sprengstoff lag oder Mangel an Fähigkeiten. Das war tatsächlich der Stadtkommandant Stemmermann, der dafür verantwortlich war. Und dann am 25. März erhielt, sagt der Stemmermann, eben auch die Anweisung, die Brücken in Frankfurt, die Brücken in Frankfurt zu sprengen. Das zog sich quasi über zwei Tage hin. Am 25. März waren es drei Brücken. Das war die Eisenbahnbrücke, die wir alle kennen, Richtung Hauptbahnhof, der Eisernen Steg und die Obermainbrücke. Das waren die drei, die sie an dem Tag gesprengt haben. Das war meines Wissens nach auch alles erfolgreich. Und am 26. war dann die alte Brücke dran, die Untermainbrücke und die Wilhelmsbrücke, die wir heute unter dem Namen Friedensbrücke kennen. Das hat allerdings überhaupt nicht geklappt. Ich habe mal so ein, dieses Bild gibt es auch, wenn man sich mit den Luftangriffen im Internet beschäftigt. Dann gibt es dieses eine Bild von der alten Brücke auch, genau wie sie gesprengt ist. Oder es gibt auch das Bild, das hattest du auch in deinem Vortrag zum Eisernen Steg, was dann einfach nur noch so die letzten Reste. Dem Wasser liegen. Ja, und das war ja auch eine völlig sinnlose Aktion, weil über die letzte Brücke kamen dann die US-Soldaten drüber. Genau. Also die Wilhelmsbrücke oder die Friedensbrücke, auch wieder die Frage, entweder zu wenig Sprengstoff oder zu wenig Wissen. Die Sprengung hat überhaupt nicht geklappt und die war noch in einem Zustand, sodass die amerikanische Armee kommend von Sachsenhausen, also kommend durch den Stadtwald, durch Sachsenhausen, über diese Brücke zum Hauptbahnhof vorrücken konnte. Ab wann kamen die in Frankfurt rein? 26. und 27. März. Und hatten die dann noch große Kämpfe auszufechten? Die hatten eigentlich keine großen Kämpfe mehr auszufechten. In der Stadt waren keine großen Einheiten versammelt und Stemmermann war aufgefordert worden, die Stadt mit dem Volkssturm zu verteidigen. Der Volkssturm, das waren Menschen, die nicht in der Lage waren, an richtigen Kampfhandlungen während des Krieges teilzunehmen, entweder weil sie zu alt waren oder weil sie gebrechlich waren. Und das kann man sich ja ausmalen, dass der gesagt hat, das hat ja gar keinen Sinn. Das ist eine voll funktionierende Armee, bewaffnet bis unter die Zähne. Dem habe ich nichts entgegenzustellen und hat sich tatsächlich geweigert, das zu tun. Die vollständige Einnahme der Stadt Frankfurt erfolgte dann am 29. März? Ja, am 29. März hat American Forces Network Luxemburg die vollständige Einnahme der Stadt Frankfurt im Radio verkündet. Und was ist dann passiert? Dann sind immer mehr US-Soldaten in die Stadt gekommen. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man dann jetzt als Bürger vielleicht aus dem Keller rausgekommen ist und gesehen hat, da sind jetzt fremde Menschen oder ein fremdes Militär in der Stadt? Ja, wie muss man sich das vorstellen? Also vielleicht darf ich kurz nochmal einen kleinen Griff zurück machen. Die Amerikaner haben es dann tatsächlich geschafft, vom Hauptbahnhof zum alten Polizeipräsidium vorzurücken und haben von dort aus eine Granate abgeschossen in die Taunusanlage 12. Das war das Hauptquartier der Stadtkommandantur, kann man sagen, und hat das Gebäude total zerstört. Das heißt, der gesamte Führungsstab, NS-Führungsstab der Stadt ist dort zu Tode gekommen. Mit einer Ausnahme, und das war Herr Stemmermann, der ehemalige Stadtkommandant, der seines Postens ja enthoben worden war, weil er sich geweigert hat, die Stadt eben mit Leuten zu verteidigen, die dafür eigentlich gar nicht in der Lage sind. Und damit war klar, also es gibt nichts mehr. Die Leute sind, glaube ich, aus ihren Kellern rausgekommen und aus ihren Bunkern und aus den Ruinen und waren erst mal erleichtert, dass dieser Druck und diese Angst, dass sie, sie haben ja auch nicht gewusst, was passiert, wenn die Amerikaner kommen. Wird es Kampfhandlungen geben? Haben wir hier um unser Leben zu fürchten? Und deswegen war das so eine, nennen wir es mal verhaltene Freude. Die zwei weitere Führungskriege des NS in Frankfurt, die gab es zwar noch, das waren ja Oberbürgermeister Friedrich Krebs und Gauleiter Jakob Sprenger, aber die waren zu der Zeit ja schon nicht mehr hier vor Ort, sondern auf der Flucht. Die sind geflüchtet, ja. Krebs nach Bad Homburg und Sprenger nach Bad Nauheim und später nach Tirol, wo er sich das Leben genommen hat, im Mai 1945. Dann waren jetzt die US-Soldaten in der Stadt und fangen auch relativ schnell an, erste Gebäude in Anführungszeichen mal so an sich zu reißen. Ja. Was waren so die ersten Bauten? Die ersten, also natürlich haben sie zuerst mal geschaut, was steht überhaupt noch und was kann ich, was können wir für unsere Zwecke gebrauchen? Und die ersten Gebäude waren tatsächlich das Hauptverwaltungsgebäude der Metallgesellschaft an der Bockenheimer Anlage ein Kreuterweg und das IG Farben, was unbeschädigt war, aber zu dem Zeitpunkt schon von circa 2000 Menschen besiedelt, sagen wir mal, die dort eben Unterschlupf gefunden hatten. Das waren Kriegsgefangene, die befreit waren, das waren DPs, Displaced Persons, das waren Menschen, die ihre Wohnungen verloren hatten. Aber diese beiden Gebäude standen noch und tatsächlich hat man diese beiden Gebäude sehr, sehr schnell requiriert. Hatte man da vorher schon ein Auge drauf, auf eines der Gebäude oder war es einfach so, okay, die war noch intakt, die nehmen wir jetzt? Ja, es gibt immer mal wieder so Geschichten, auch in meinen Zeitzeugenbefragungen gab es einige Zeitzeugen, die gesagt haben, ja, bestimmte Teile Frankfurt sind nicht bombardiert worden, weil die Amerikaner sich einen Plan gemacht hatten, dass sie diesen Bereich von Frankfurt für sich nutzen wollen, wenn sie dort einmarschieren. Wirkliche Beweise gibt es in den deutschen Archiven nicht, da müsste man wahrscheinlich tiefer einsteigen und die amerikanischen Archive durchsuchen. Was klar ist, ist, dass Eisenhower relativ früh schon gesagt hat, er möchte gerne das europäische Hauptquartier der amerikanischen Armee in Frankfurt haben und wahrscheinlich kannte eher das Haus, das IG Farbenhaus und hat es ausgesucht, sag ich mal, aber dass das nicht bombardiert wurde, hat meines Erachtens nach noch zwei andere Gründe. Der eine Grund ist, dass es bei der Bombardierung von Frankfurt häufig auch um die Bombardierung von Infrastruktur ging, Bahngleise, Straßen und so weiter, um den Nachschub zu blockieren und dass es ein Kriegsgefangenenlager auf dem Gelände des Grüneburgparks gab und da waren abgeschossene Flieger hauptsächlich, waren dort gefangen genommen in diesem Lager und natürlich will man auch nicht unbedingt seine eigenen Leute bombardieren. Dann kamen immer mehr US-Foldaten in die Stadt und stimmt es, dass die dann so von Haus zu Haus Ja, das stimmt, die sind tatsächlich von Haus zu Haus gegangen und haben nach Waffen gesucht und nach SA- und SS-Leuten, klar, also nach Leuten, die im weitesten Sinne etwas mit dem NS-Regime zu tun hatten und sie haben tatsächlich auch Angst gehabt vor Übergriffen. Es war nicht klar, ob nicht in der Stadt Kämpfer geheim konzentriert worden sind, sozusagen, um gegen die einmarschierten Soldaten vorzugehen. Insofern sind sie von Haus zu Haus gegangen und haben halt Waffen gesucht und eben diese SA-Leute, was ich schon gesagt habe und lustigerweise, was heißt lustigerweise, also viele Frankfurter haben das irgendwie mitbekommen und haben und haben sich natürlich überlegt, wie werden sie jetzt diese ganzen Waffen, die sie vielleicht im Haus hatten, auch noch vom Ersten Weltkrieg, werden sie los. Und eine Zeitzeugin hat mir erzählt, dass ihr Vater sich überlegt hat, das Beste ist, ich schmeiße es ins Wasser und ist an Main und er war an dem Tag nicht der Einzige, der irgendwas im Main versenkt hat. Das muss also, da müssen Herrschaden von Leuten gewesen sein, die den gleichen Gedanken hatten. Ob man heute da noch im Main was finden will? Das frage ich mich immer. Ich denke mir so, einmal mit einem großen Magneten dadurch. Ja, ich habe immer die Vorstellung, dass man irgendwie den Eimer versucht, irgendwie in Abschnitten trocken zu legen, weil ich glaube, da findet man halt ein Unzähliges. Ja, also das muss wirklich, ja, da muss eine Menge gelegen haben, sagen wir es mal so. Da haben die es ja reingeworfen, genau, die Soldaten sind von Haus zu Haus gezogen, haben nach Waffen und Co. gesucht. Wo kamen die dann erstmal unter, die Soldaten? Die mussten ja dann auch trotzdem irgendwie schlafen, irgendwann. Irgendwann mussten die schlafen, genau. Ja, also das sind ja sogenannte Kampftruppen gewesen. Also es sind tatsächlich Soldaten gewesen, die auch nicht vorgesehen dafür waren, in Frankfurt zu bleiben. Richtige Kampftruppen, die sind weitergezogen, weiter Richtung Osten. Die haben tatsächlich in Zelten auf Freiflächen im Grüneburgpark vor dem IG Farbenhaus in Zelten gewohnt. Ja, krass. Und die sind ja dann auch irgendwann weitergezogen, weil es war ja Ende März, also wir befinden uns ja immer noch Ende März, Anfang April 1945. Ostern übrigens. Ostern, genau. Und das ist der Zweite Weltkrieg für Frankfurt vorbei, aber nicht für das restliche damalige Deutschland. Die sind dann weitergezogen. Und dann, und das fand ich ganz spannend, das mal gelesen zu haben, dass es ja auch Menschen, oder Menschen wurden darin dann ja auch geschult, wieder eine Verwaltung aufzubauen. Und die rückten doch dann nach. Genau. Das sind die, die dann nachgerückt sind. Und zwar war das wirklich beeindruckend gut organisiert. Quasi die Kampftruppen zogen weiter und die Verwaltungstruppen kamen in Frankfurt an. Das sind Menschen gewesen, die in Amerika an sogenannten War Colleges ausgebildet worden sind, also eine Ausbildung erhalten haben, speziell um in, ja, in besiegten Nationen, sagen wir es mal so ganz neutral, eine neue Verwaltung aufzubauen. Und das ist tatsächlich auch passiert. Oberst Criswell, der erste Stadtkommandant, ist am 30.03. in Frankfurt angekommen. Das ist also nur drei Tage nach, nach dem, nach dem ersten Einmarsch. Genau. Und dann gab es ja auch, da mussten die, die US-Besatzung hat ja dann der Bevölkerung auch in irgendeiner Form klar machen müssen, wir sind jetzt hier und wir haben gewisse Vorstellungen. Und da gab es ja dann auch gewisse Lösungen, wie man diese Kommunikation anstrebt. Weil Fernsehen gab es ja zu der Zeit nicht. Nee, Fernsehen gab es nicht. Es gab ja nicht mal mehr Zeitungen und auch, glaube ich, kein Papier mehr, um Zeitungen zu machen. Auch das war erstaunlich gut organisiert. Es sind an ganz vielen Stellen in Frankfurt, nicht nur an Litfaßsäulen, sogenannte Bekanntmachungen plakatiert worden in deutscher und in englischer Sprache, wo ganz genau drauf stand, was sich die, die Amerikaner vorgestellt haben, wie sich das deutsche Volk zu verhalten hat. Und das ging von, wann dürfen die Deutschen sich auf ihren Straßen bewegen, wie weit von zu Hause dürfen sie weg, wie viele Leute dürfen sich treffen. Dann ist geregelt gewesen, dass keine Krafträder und keine Kraftfahrzeuge von Deutschen zu benutzen seien. Und das ging teilweise so weit, ganz am Anfang, dass auch die Fahrräder verboten waren. Also wenn man ein Fahrrad besaß, dürfte man es nicht benutzen. Und wenn die Besatzungsmacht, so nennt man sie ja dann häufig in der Literatur, davon Wind bekam, ist das Fahrrad eingezogen worden. Man musste ein Fahrrad, eine Fahrradgenehmigung haben. Ich überlege gerade, ob, also gerade bei sowas wie dem Fahrrad, warum man das zunächst verboten hatte. Oder vielleicht ging es auch einfach darum, erst mal zu sagen, okay, jetzt ist hier eine neue, ja, eine autoritäre macht es ja nicht, aber hier gibt es erst mal quasi, wir müssen erst mal so die, ich weiß nicht, alles auf null drehen und von da, genau, und dann erst mal von da ab weiterspringen. Ja, ich glaube, dass mit den Fahrrädern oder auch mit den Kraftfahrzeugen oder Krafträdern hatte was damit zu tun, dass man verhindern wollte, dass vielleicht jemand schnell Nachrichten von einem Ort zum anderen Ort bringt. Auch das mit dem, mit dem, mit der, mit dem Recht sich zu versammeln, es dürften sich maximal fünf Personen an einem Ort versammeln. Alles andere war verboten, ja, und das hat schon was, glaube ich, damit zu tun, dass die gerade in den ersten, würde ich mal sagen, vielleicht drei, vier Monaten sehr ängstlich waren, dass dann noch irgendwas kommt. Also Aktion Wehrwolf oder. Genau, Aktion Wehrwolf war eine Gorilla-Aktion. Genau. Die von den Nationalsozialisten noch so am Ende der NS-Zeit ins Leben gerufen wurde und jeder sollte irgendwie so, ja, Anschläge verüben oder so. Genau, in kleinem, in kleinem Maßstab sozusagen, aber kontinuierlich war es, äh, Anschläge verüben. Genau. Dann gab es, genau, du hast ja gesagt, auch Ausgangssperre, ähm, die es dann zeitweise gab und dann hat aber die, das US-Militär schon relativ schnell auch versucht, wieder deutsche Verwaltungsbeamte so in, ja, zu. Einzusetzen. Einzusetzen, ähm, und auch, ähm, eine Verwaltung aufzubauen. Vielleicht kannst du mal so erzählen, weil da wird ja auch relativ schnell neuer Oberbürgermeister, äh, ja, nicht gewählt, aber benannt. Also, nicht gewählt, benannt, ernannt, genau. Ja, ähm, natürlich, äh, war den Amerikanern klar, dass, wenn sie hierher kommen, müssen sie Menschen finden, die nichts mit dem Nazi-Regime zu tun hatten und die, ähm, in der Lage sind, das Regime und die Besatzer zu unterstützen, äh, bei der, bei der Wiedereinsetzung einer Verwaltung, sagen wir es mal so. Und da gibt es eine ganz, ganz lustige Geschichte. Ähm, also Crystal war gerade in Frankfurt angekommen und befand sich in der Stadtkommandantur oder an der Bockenheimer Anlage und es kam, ähm, ein, ein Mann zu ihm, Wilhelm Holbach, der, ähm, eigentlich von, von den Amerikanern, die Genehmigung haben wollte, äh, eine Zeitung zu veröffentlichen. Keine Ahnung, woher er das Papier nehmen wollte, aber er wollte jedenfalls schon mal die Genehmigung haben, eine Zeitung zu veröffentlichen. Und der ging also rein als Journalist und kam raus als Bürgermeister. Also das war schon, das war so eine Zeit, wo, wo auch Dinge schnell entschieden wurden. Also offensichtlich hatte Criswell, äh, von ihm einen guten Eindruck. Er konnte belegen, dass er nichts mit dem NS-Regime zu tun hatte. Und dann haben wir gesagt, okay, du machst das jetzt mal. Und er ist also quasi eingesetzt worden von den Amerikanern als Bürgermeister. Aber nicht lang, ne? Nee, ähm, der ist im Juli 45 schon wieder abgesetzt worden. Und das hat was damit zu tun, dass, ähm, Holbach tatsächlich, ähm, die Amerikaner häufig kritisiert hat. Und zwar in einem ganz wichtigen Thema. Und zwar in dem Thema Beschlagnahme von Wohnraum. Ja, ja, okay. Das ist einer der Gründe gewesen, warum man ihn sehr schnell wieder abgesetzt hat. Und jemand Neuen gesucht hat. Ähm, das, ähm, hat er wirklich ganz schlecht verkraftet. Und er ist sehr, sehr viele Jahre, ähm, psychisch sehr krank gewesen. Ja, krass. Krass. Der wurde ersetzt. Ähm, der Aufbau, ähm, der Stadtverwaltung ging weiter. Ähm, und im Zuge dessen kommen ja auch immer mehr Amerikaner in die Stadt. Und ich glaube, da springen wir jetzt von 1945 wahrscheinlich spätestens ins Frühjahr 1900. Ne, stimmt gar nicht. Wir springen gar nicht so weit. Äh, genau, wir bleiben mit 1945. Es geht dabei los, dass auf jeden Fall Gebäude benötigt werden. Das IG Farmhaus ist besetzt im Sinne von US-Verwaltung sitzt dort drin. Ja. Oder, äh, sagt man Verwaltung, aber halt ist US-Militär. Militär. Militär, mhm. Und die Soldaten sollten drumherum, äh, wohnen. Mhm. Und da kommen wir zum, äh, Sperrgebiet. Vielleicht kannst du mal so die, die ersten Schritte erzählen, was da so dann los war. Ja. Also wirklich ganz, ganz erstaunlich, in erstaunlicher Geschwindigkeit nur genau einen Monat nach dem Einmarsch der Amerikaner in Frankfurt, am 26. April, ähm, errichtet die amerikanische Verwaltung ein Sperrgebiet. Auch vorher schon sind einzelne Häuser beschlagnahmt worden, punktuell in der Stadt. Es gab auch keinen festen Plan, wie man da vorgeht. Man hat einfach den Leuten gesagt, so raus hier, die da gewohnt haben, raus hier, das brauchen wir jetzt für, für unsere Leute. Ähm, aber am 26. April hatte man wirklich einen, einen Plan, kann man sagen, ja. Ähm, an dem Morgen, ähm, sind amerikanische Soldaten durch die Straßen gegangen, die, die Amerikaner vorher ausgesucht hatten, äh, namentlich das Westend und, äh, das Holzhausenviertel und haben an Türen Zettel geklebt. Auf denen stand, dieses Gebäude ist bis um x Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr zu räumen. Ähm, und sie dürfen nur mitnehmen Bettwäsche, Kochgeschirr, Kleidung. Und, äh, zu gleicher Zeit, wie diese Truppe unterwegs war, diese Zettel da an die Türen zu kleben, ist auch eine, äh, sind Soldaten auf großen LKWs, äh, durch die Straßen gefahren. Man muss sich das wissen, sind so große Militär-LKWs gewesen, auf denen, äh, wahnsinnig große Rollen mit Stacheldrahtlagen und Holzflöcke. Und die sind von Punkt zu Punkt zu Punkt gefahren. Alle Parameter haben sie angehalten, haben so einen Holzflock in den Boden gerammt und haben den, den Stacheldraht daran festgemacht. Und auf diese Art und Weise, und es müssen viele gewesen sein, man weiß nicht genau, wie viele Menschen daran beteiligt waren, an dieser Aktion. Auf diese Weise haben die es geschafft, innerhalb von 12, 14 Stunden dieses Gebiet einzuzäunen. Und alle, die dort gewohnt haben, mussten raus. Alle. Das heißt, ich war vielleicht, also entweder war ich einkaufen oder ich war nicht einkaufen, war zu Hause und hab gemerkt, okay, an meiner Tür passiert grad irgendwie was. Mach auf, seh da einen Zettel, das ich jetzt innerhalb kurzer Zeit räumen muss. Darf nur das Nötigste mitnehmen? Also, hast du irgendwie so erfahren von Menschen, wie sich das angefühlt hat? Weil wo will man denn dann hin? Was nimmt man mit? Also, wie geht man mit der Situation überhaupt um? Ja. Also, ich hab ja ein paar Zeitzeugen gefunden und Gespräche geführt. Und ja, wo geht man hin? Man hatte idealerweise vielleicht noch Familie in anderen Teilen von Frankfurt, die einem dann aufgenommen haben. Man hat Frankfurt verlassen, wenn man gar niemanden hier hatte, wo man hin konnte. Oder man hat übergangsweise auf der Straße oder im Park oder so. Also, man hat nichts gestellt bekommen. Man hat nichts gestellt bekommen. Es hieß raus. Ja. Und was dann mit einem geschah, also da gab es Fälle, da sind ganz am Anfang, so quasi zwei Wochen nach dem Einmarsch, ist eine junge Mutter mit ihrem Kind geräumt worden auf der Eschersheimer Landstraße. Die hatte Freunde, das war ja da auch noch nicht eingezäunt, die hatte Freunde in ein paar Häuser weiter und ist bei denen untergekommen und konnte sogar noch ein paar Sachen mitnehmen. Und dann tatsächlich an dem Tag der Einzäunung musste auch diese Familie raus. Und die Amerikaner haben einfach alles auf die Straße geschüttet. Und danach hatte sie quasi gar nichts mehr, außer, glaube ich, ihr Sohn hatte noch einen Teddy mehr. Krass. Das war ja auch dann in Teilen, also wie du es jetzt auch gesagt hast, in Teilen so, wenn du Glück hattest, hast du auf der richtigen Straßenseite gelebt und da wurde halt nicht eingezäunt? Ja, das ist wirklich eine skurrile Sache, ja. Also die Feldbergstraße und die Wolfgangstraße waren tatsächlich einseitig eingezäunt. Also die Seite, die Richtung IG Farben, also Richtung Norden, war im Zaun eingezäunt und die andere Straßenseite war tatsächlich frei. Die Leute könnten da wohnen bleiben, wenn ihre Häuser nicht kaputt waren. Dann haben die das Nötigste mitgenommen und dann war es ja dann auch so, dass man Tür zumachen, Schlüssel von außen stecken lassen und dann ja auf Wiedersehen sagen für unbestimmte Zeit, ne? Genau. Krass. Also man ist davon ausge... Ich weiß nicht, wie das Gerücht entstanden ist, aber viele haben gedacht, naja, das werden so sechs, acht Wochen sein. Aber das war ja nun ganz und gar nicht der Fall. Also das war ja bis zu 13 Jahren. Wurde da auch irgendwie festgehalten, dass man dieses Haus besessen hat oder diese Wohnung oder also wie ging das vonstatten? Hatte man quasi dann gesagt, okay, wir haben alles geräumt oder wir haben jetzt, wir sind fertig, tschüss? Oder gab es eine Art Quittung? Es gab eine Quittung. Auch da, ich kann nur sagen, ich bin teilweise wirklich sehr beeindruckt gewesen, wie vorbereitet die auch waren. Es gab sogenannte Requisition Reports. Das heißt, auf ganz dunem Papier, aber mit Schreibmaschine ausgefüllt. Ich stelle mir dann vor, da stand da so ein Soldat mit der Schreibmaschine und hat das während die da rum... Das ist ein bisschen eine skurrile Vorstellung, aber es ist tatsächlich so eine Quittung, ja. Der wurde ausgefüllt mit Schreibmaschine. Da stand der Eigentümer, da stand die Größe, da stand drauf, was das für ein Gebäude war. Was ist ein Wohnhaus oder eine Wohnung? Wie groß ungefähr? Und der Tag der Räumung. Und das hat man in die Hand gedrückt bekommen und dann hatte man was. Frankfurts Geschichte ist so spannend und um die zu erhalten und für Interessierte erlebbar zu machen. Dafür setzt sich der Verein Freunde Frankfurts ein. Zwei markante Beispiele, zum Beispiel der Gerechtigkeitsbrunnen oder das Rüttürmchen an der Friedberger Anlage. Zwei Bauten, die in keinem guten Zustand waren und dessen Erhalt sich der Verein Freunde Frankfurts angenommen hatte. Ja, wenn ihr Lust und Zeit habt oder finanziell unterstützen wollt, dann schaut gerne mal bei Freunde-Frankfurts.de vorbei. Dort findet ihr alle Informationen, wie ihr mitwirken könnt und ihr findet ganz viele spannende Informationen aus Frankfurts Geschichte. Denn eins ist ja klar, die Geschichte dieser Stadt, die ist so besonders und sie zu erhalten, das macht die Freundin Frankfurts zu einem der wichtigsten Vereine hier in der Stadt. Du hast ja eben schon gesagt, du hast die ein oder anderen Zeitzeugen auch getroffen und interviewt. Vielleicht können wir da so ein bisschen drauf eingehen, was es da für Geschichten gab. Es gab ja das Thema auf der falschen Straßenseite zum Beispiel gewohnt. Und dann konnte man beobachten, wenn man da unterkam bei Nachbarn, was mit dem eigenen Haus passiert. Ja, aus dem Fenster konnte man zuschauen, wie die Sachen rausgetragen worden sind. Dann gab es ja aber auch den Fall von Menschen, die ja zur Zeit der Räumung wahrscheinlich nicht vor Ort waren. Hast du da irgendwie was? Genau, da habe ich mit einem Zeitzeugen gesprochen, dessen Eltern und soweit ich weiß auch er tatsächlich am Tag dieser Einzäunung nicht in Frankfurt waren, sondern zum Hamstern im Taunus. Und die sind also vielleicht schon am Tag vorher weg, haben das also alles nicht mitbekommen und kommen abends zurück und können nicht in ihr Haus. Können nicht in ihr Haus, weil ein Zaun drumrum ist und Soldaten da stehen und sagen, nee, das geht jetzt nicht mehr. Die haben sich an dem Tag, diese Familie hat sich an dem Tag tatsächlich in das Hauptgebäude des Hauptfriedhofs geflüchtet und hat dort übernachtet, weil der Vater da irgendeinen Zugang hatte. Konnte man, wenn man raus war aus seiner Wohnung, aus dem Sperrgebiet, nochmal irgendwie zurück? Nee. Nee. Also ich sage mal so, manche sind ja pfiffig und das hat mir auch eine damals 98-jährige Dame erzählt. Sie hat gesagt, ja, das lasse ich mir ja nicht sagen. Und die hat sich dann überlegt, wie sie nochmal zurückkommt, um noch mehr Sachen zu holen und wie sie die Sachen am besten versteckt, weil das ist natürlich schon kontrolliert worden. Man hat seine Sachen gepackt und am Ausgang des Hauses standen ein, zwei Soldaten und haben geguckt, dass da nicht irgendwas mitgenommen wird, was nicht mitgenommen werden darf. Also dürften zum Beispiel auch Apotheker keine Medikamente mitnehmen, Ärzte keine Instrumente, Musiker auch keine Instrumente. Also ja. Und diese 98-jährige Dame hat mir mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht erzählt, dass sie also mehrfach nochmal an dem Tag der Absperrung ins Sperrgebiet ist. Einmal hat sie gesagt, mein Hund ist noch da. Einmal hat sie gesagt, meine Katze ist noch da. Die habe ich vorhin nicht gefunden. Und das Dritte war, ach, das Kind war noch nicht nach Hause gekommen und musste noch abgeholt werden. Und auf die Art und Weise hat sie am Körper irgendwelche Sachen noch rausgeschafft. Aber die meisten Leute waren, glaube ich, so geschockt und so vor den Kopf gestoßen und hilflos letztendlich, weil sie eben nicht wussten, irgendwohin, dass die einfach nur die Sachen genommen haben und gegangen sind. Weiß man, warum man so drastisch vorgegangen ist vom US-Militär? Also warum hat man das Sperrgebiet so in der Form errichtet? In den deutschen, man weiß nicht mal, wer das befohlen hat. Man weiß nicht mal, wer das befohlen hat. In den deutschen Akten gibt es dazu nichts. Warum man so vorgegangen ist, ist, glaube ich, ganz pragmatisch. Wir brauchen Wohnraum und jetzt holen wir uns den. Dann war das Sperrgebiet errichtet, gab ein paar Eingänge, die man theoretisch passieren könnte. Genau, zwölf. Zwölf gab es. Zwölf Checkpoints. Ja. Und da sind ja auch immer wieder Leute rein, weil es ja einige Deutsche gab, die dann dort auch gearbeitet haben, oder? Genau. Als Haushaltshilfen oder als Hausmeister. Und das war sehr, sehr beliebt. Warum? Ganz einfach. Es gab zwischen 70 und 80 Pfennigstunden. Lohn. Aber das war gar nicht das, was es so beliebt gemacht hat. Das Wichtigste war, man bekam Zigaretten geschenkt, man bekam Nahrung geschenkt, man bekam Nylons geschenkt. Ja. Also viele der amerikanischen Soldaten haben sich sehr, sehr großzügig ihren Haus Angestellten gegenüber verhalten. Mhm. Und man konnte, also man konnte, wenn man dort gearbeitet hat, konnte man da rein. Aber ansonsten war das ja absolut Sperrgebiet, ne? Ja. Also man konnte, man hatte quasi so eine Art Ausweis. Ja. Damit konnte man rein und raus. Und wenn man so einen Ausweis nicht hatte, aber zum Beispiel, es gab ja auch deutsche Jazzmusiker zum Beispiel, die in den amerikanischen Clubs Musik gemacht haben, die bekamen dann entweder Tagesausweise oder mussten von einem amerikanischen Armeeangehörigen an dem Checkpoint mit einem Zettel, mit einem Papier abgeholt werden, dass das also der und der ist, der dort Musik macht oder was reparieren soll oder oder oder. Aber also für die Frankfurter war das einfach off limits. Ja. Also man konnte da quasi so dann am Stacheldraht vorbei laufen, aber halt nicht rein. Man musste dann wahrscheinlich auch größere Umwege in Kauf nehmen. Ja, auf alle Fälle. Also wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, wo es eigentlich genau war, fängt mir gerade auf. Also das großamerikanische Sperrgebiet, was an dieser Stelle gesagt nicht das einzige in Frankfurt war. Aber dieses ging von der Wolfsgangstraße im Süden bis zur Straße am Dornbusch im Norden. Und vom Hauptfriedhof, also Oederweg-Eckenheimer Landstraße bis zum Diplomatenviertel, bis zur Zeppelinallee. Warte. 2,4 Quadratkilometer. Von wie viel beschlagnahm Wohnraum reden wir da? Wir reden von circa 8.000 Wohnungen. Wahnsinn. Und das war gar nicht das einzige Sperrgebiet, was es hier gab? Nein. Nein, es gab noch ein Sperrgebiet in Höchst oder zumindest ein Sperrgebiet vielleicht nicht, aber beschlagnahmten Wohnraum in Höchst. Es gab beschlagnahmten Wohnraum in der Römerstadt. Es gab beschlagnahmten Wohnraum in Schwanheim und in Sindling. Und zum Beispiel, ich habe vorhin gesagt, Diplomatenviertel nur bis zur Zeppelinallee. Fast die ganze Frauenlobstraße war auch beschlagnahmt, aber nicht im Zaun, also nicht eingezäunt. Weiß man, wie die Frankfurter Bevölkerung darauf reagiert hat, dass auf einmal so ein Sperrgebiet inmitten der Stadt errichtet wurde? Ja, nicht gut. Also, ich sage mal so, die Reaktion war natürlich von den Betroffenen ganz besonders verärgert, weil auch, weil die natürlich auch gesehen haben, was mit ihrem Mobiliar oder was mit ihren Häusern passiert. Also, die haben auch teilweise gedacht, dass da also geklaut wird und dass sie das alles nicht zurück... Also, die Stimmung, was das Sperrgebiet anging, war natürlich sehr schlecht und vor allen Dingen hat es für die Leute wirklich immense Umwege bedeutet, ja. Also wollte ich aus der Innenstadt, sagen wir mal, an den Dornbusch, konnte ich mich entscheiden, ob ich entweder bis zum Hauptfriedhof laufe und dann von oben da so reinlaufe oder ob ich über das Diplomatenfeld... Die Eschersheimer Landstraße war einfach mitten im Sperrgebiet und konnte nicht begangen werden von Deutschen. Aber das ist auch so krass. Ich meine, man muss sich auch vorstellen, das eine ist ja der Wohnraum, aber dann hast du ja wahrscheinlich auch Obst und Gemüse angepflanzt in deinem eigenen Garten, konntest du wahrscheinlich genauso wenig darauf zugreifen wie auf Arbeitsmethoden, Mittel, die du jetzt gerade nicht mitnehmen konntest, ne? Genau. Also, das war einfach weg. Also speziell Obst und Gemüse ist ein Thema. Gut, dass du es ansprichst. Natürlich sind schon im Krieg quasi alle Grünflächen, die irgendwie verfügbar waren für Obst- und Gemüseanbau, genutzt worden. Also, ob das jetzt der Grüneburg-Park war oder die Privatgärten. Und das hat zu einem sehr großen Teil der Versorgung der verbliebenen Bevölkerung in Frankfurt gedient. Und nachdem das also eingezäunt war, konnten die Leute nicht ihr Obst ernten, nicht ihr Gemüse ernten. Und ich meine, die Versorgungslage war eh prekär. Ja. Und das jetzt noch zu verlieren, das war, glaube ich, ein richtiger Schlag. Aber auch eben diese, nicht die Möglichkeit zu haben, zum Beispiel mit wenigen Ausnahmen. Also, es gibt immer mal natürlich jemanden, der dann doch noch einen Weg gefunden hat oder so, aber mit wenigen Ausnahmen eben sich Dinge zu holen, die man einfach zur Ausübung des Berufs braucht. Ja, also, ob das jetzt ein Musiker war, der seine Geige gebraucht hat oder der Arzt, der vielleicht sein Stethoskop gebraucht hat oder so. Und die Amerikaner konnten ja gar nichts damit anfangen. Also, die haben das, ja, einfach sozusagen, es war der Beifang. Ja, da wollte ich immer fragen, das ist, das kommt ja auch noch mehr dazu, die sind dann eigentlich ja, das war ja dann quasi möbliertes Wohnen. Ja, war es, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber sind die dann einfach, haben die da einfach dann, ja, gewohnt und dann bei Rückgabe blieb alles gleich? Oder wie sind die dann mit diesen Häusern und Wohnungen umgegangen, mit den Einrichtungen? Gute Frage. Ja, also, das war tatsächlich interessant. Auch die Amerikaner haben wirklich eine sehr ausgefeilte Verwaltung gehabt, sage ich mal. Also, besonders, was diese Liegenschaften anging. Wenn man also jetzt, sagen wir mal, weiß ich nicht, in der Eiseneckstraße gewohnt hat. Und jetzt ist man in Deutschland stationiert gewesen, die Familie war in Amerika, dann ist die Familie nach Deutschland gekommen und brauchte noch drei Betten. Dann hat man sozusagen beim Beschaffungsamt, rinkanischen Beschaffungsamt, gesagt, ich brauche noch drei Betten. Und dann hat man gesagt, Moment, wo haben wir drei Betten? Und dann wurden die da abgeholt und durch das Sperrgebiet in die neue Wohnung gebracht. Ja, das heißt, also, wenn man seine Wohnung zurückbekommen hat, was zumeist zwischen 52 und 55 war, standen da Möbel, die einem gar nicht gehört haben. Und dafür waren andere weg, die einem gehört haben. Und sehr, sehr, sehr viele Möbel sind kaputt gegangen, dadurch, dass viele davon aus dem Fenster geworfen worden sind. So in den ersten Tagen. Später hat das natürlich nachgelassen. Können wir da nochmal kurz rein? Warum hat die das nochmal vor die Fenster, also rausgeworfen? Ich glaube, das war jetzt einfach irgendwie so ein, so eine Übersprungshandlung ist vielleicht das falsche Wort, aber es war so. Machtdemonstration? Ja, Machtdemonstration, glaube ich. Ich glaube, es war eine Machtdemonstration. Und, ja. Das heißt, die Wohnungen und Häuser wurden, also, war kein möbliertes Wohnen im Sinne von, dass alles quasi dann auch so blieb, wenn die Eigentümer später wieder reingekommen sind. Sondern da gab es Austausch. Man hat wahrscheinlich das aber auch nicht mehr dann im Nachgang eins zu eins zuordnen können, wo was hin würde. Nein, nein. Das war einfach dann weg wahrscheinlich. Und manche Sachen sind natürlich nach Amerika gewandert. Also das zum Beispiel, was du vorhin gesagt hast, dass man von der anderen Straßenseite sehen konnte, wie das Haus ausgeräumt wurde. Da weiß ich, ging es ums Familiensilber. Und das ist nie wieder irgendwo aufgetaucht. Und wir selbst zu Hause, keine Ahnung, wie das in unseren Besitz gekommen ist, besitzen ein Sitzmöbel, sag ich jetzt mal. Da steht unten drauf, und es ist ein altes Sitzmöbel, also bestimmt 200 Jahre alt, steht unten drauf Property of the United States Army. Also das war sicherlich auch mal irgendwo da im Sperrgebiet. Konnte man eine Entschädigung bekommen für das, was quasi dann weg war? Also im Sinne von Möbel, also Möbel, ja, oder aber auch ja im Sinne von, weiß ich, Miete? Ja, also man hat seine Ansprüche gelten machen können beim sogenannten Besatzungskostenamt und ist entschädigt worden nach der Formel 10 zu 1. Also für 10 Reichsmark bekam man dann eine, also für den Wert von 10 Reichsmark bekam man eine Reichsmark. Und Miete? Ja, Miete gab es später auch, aber erst sehr viel später, also nicht in den ersten, nicht zu Zeiten des Zauns. Also, denn das ist auch ganz wichtig, der Abbau des Zaunes hat nicht bedeutet, dass die Wohnungen zurückgegeben worden sind. Das hat nur die Wege der Menschen in der Stadt erleichtert. Also die Wohnungen sind sehr viel länger beschlagnahmt gewesen. Da reden wir gleich nochmal drüber, wie das so weiterging. Es war aber ja nicht nur Wohnraum betroffen, sondern auch öffentliche Bauten, oder? Was waren das für Bauten, die da auf einmal weggefallen sind? Also im Sperrgebiet kann man sagen, waren es vier Schulen. Das Lessing-Gymnasium, die Holzhausen-Grundschule, die Fürstenberger Mittelschule und die Elisabethenschule waren betroffen. Die Schulen waren teilweise schon 1939 beschlagnahmt worden von der NS-Regierung und da wurden, glaube ich, in der Elisabethenschule Flieger ausgebildet. Stimmt, ich habe mal gelesen, dass die Schülerinnen und Schüler ab einem gewissen Zeitpunkt auch gar nicht mehr in Frankfurt unterrichtet wurden. Die sind aufs Land oder sowas. Genau, Kinderlandverschickung. Also die gab es in dem Sinne schon nicht mehr. Die wurden in anderen Schulen unterrichtet. Das Lessing-Gymnasium bestand ja noch relativ lange, hat aber einen Treffer abbekommen und war dann in Zeiten des Sperrgebietes ein amerikanisches Postamt. Und in der Holzhausen-Schule an der Escher-Simmer-Landstraße, da war quasi amerikanische Verwaltung drin. Und, ach so, ganz wichtig zu sagen, ein öffentliches Gebäude war es vielleicht nicht unbedingt, aber das Diakonissen-Krankenhaus und das komplette Gelände der Diakonissen mit 16 Gebäuden ist beschlagnahmt worden. Sehr ungewöhnlich, weil normalerweise Krankenhäuser nicht beschlagnahmt werden. Ich glaube, da gibt es sogar irgendwie eine Vereinbarung darüber, dass man das nicht macht. Aber das war tatsächlich so. Beschlagnahmt hat es aber auch, dass die kranken Menschen und auch die, die dort gearbeitet haben, auch woanders hin mussten. Also auch da wieder, wo kamen die unter? Genau, das war tatsächlich eine Herkules-Aufgabe. Also ich habe im Archiv der Diakonissen gelesen, dass es bis zu 300 Personen waren, die davon betroffen waren. Also Patienten, Mitbewohner des Altenheims, Schülerinnen der verschiedenen Schulen, die dort auf dem, also Krankenpflegeschule und Kindergärtnerinnen-Schule, die haben wohl hauptsächlich alle dort gelebt und mussten das Gebäude, die haben ein bisschen mehr Vorlauf gehabt, sag ich mal. Also ich würde mal sagen ein, zwei Tage. Kranke wurden einfach nach Hause geschickt. Also ich habe von Fällen gehört, auch während meiner Zeitzeugengespräche, wo man quasi seine kranke Großmutter dort abholen musste und dann hat man bestenfalls noch einen Rollstuhl zur Verfügung gestellt bekommen. Aber in dem einen Fall zum Beispiel hat die alte Dame den Transport vom Krankenhaus bis ins Westend nicht überlebt, weil sie eben so gebrechlich war. Also die Kranken wurden quasi im wahrsten Sinne des Wortes nach Hause geschickt und die alten Leute und die natürlich hauptsächlich Diakonissen, denen hat man angeboten, Teile des Bürgerhospitals. Das hat sich aber dann, also das war quasi eine Finte oder, na Finte stimmt nicht, aber also es war gar nicht genug Raum dort, um sie dort unterzubringen. Und dann hat man, also man hat sie rausgeschickt aus dem Sperrgebiet und dann haben sie Unterkunft gefunden in dem, was heute die, früher die Fachhochschule, heute die University of Applied Sciences ist. Da haben sie auf Strohsäcken genächtigt und dann hat man relativ schnell zwei Gebäude für sie bereit gehabt. Das eine ist in der Darmstädter Landstraße 109. Das war eine BDM-Schule. Und die Villa Mannskopf in Niederrath, das war zuerst Gauleiterschule oder sowas ähnliches und danach im Krieg einen solchen Lazarett. Das war allerdings, also das war auch mehr ein Rohbau als ein Gebäude. Das war kaputt. Es gab keinen Strom. Es gab kein Wasser. Aber es haben die Diakonisten sich alles hergerichtet und dann sehr, sehr lange von dort aus ihre Arbeit getan. Was heißt BDM? Bunddeutscher Mädel. Ach so. Ja, okay. Da kam ich nicht drauf. Für was haben dann, also warum mussten die Diakonisten, das Diakonistenkrankenhaus quasi aus den Gebäuden raus? Für was haben die US-Amerikaner das dann genutzt? Ja, das war ganz spannend. Also da im Diakonisten auf dem Gelände, man kann ja sagen, es geht von der Eschersheimer Landstraße bis zur Eiseneckstraße und von der Kronstättenstraße bis zur Holzhausenstraße. Das ist ein sehr großes Gelände. Die haben alles Mögliche da gehabt. Also in der ehemaligen Leichenhalle der Diakonisten haben sie eine Bar gehabt, was ich sehr krass fand. Hotels haben sie auch dort gehabt. Sie haben auf dem Gelände Hotels betrieben, weil natürlich auch mal Leute aus Amerika ihre Jungs hier besucht haben oder Reporter. Also man so richtig zweckentfremdet. Mal sehen, ob mir noch was einfällt, was noch dort war. Gerade nicht. Wie lange blieb das Diakonistenkrankenhaus und die Bauten dann im Besitz der Amerikaner? Ziemlich genau zehn Jahre. Wobei man sagen muss, dass ein Gebäude tatsächlich erst 1963 freigegeben wurde. Also 18 Jahre nach Kriegsende. Das wurde dann aber auch abgerissen. Das hatte den Hausschwamm und da war nichts mehr zu machen. Aber eigentlich genau zehn Jahre. Die sind am 30.03., glaube ich, 45 daraus und sind im April 55, wenn sie ihre Räume wieder nutzen können und haben natürlich einen enormen Betrag von, ich glaube, 1,15 Millionen aufwenden müssen, D-Mark, um das wieder instand zu setzen. Haufen Geld. Davon betroffen vom US-Sperrgebiet war dann aber auch in Teilen oder in Gänze der Palmengarten? Ja, der Palmengarten war tatsächlich ganz betroffen. Genau wie der Grüneburg-Park. Das stimmt, ja. Es war auch alles sozusagen eingezäunt. Und der Palmengarten war auch für eine gewisse Zeit, für ein paar Jahre, war der sogenannte Red Cross Club. Also da gab es alles Mögliche. Da konnte man Sport treiben, da konnte man tanzen gehen, Musik hören, alles Mögliche. Jetzt haben wir über die Situation während des Sperrgebietes gesprochen. Wie lange bestand das dann jetzt eigentlich? Also der Zaun wurde abgebaut am 21. Juni 1948, also einem Tag nach der Währungsreform. Und im Zuge dessen gab es ja, das hatten wir so ein bisschen im Vorgespräch, aber auch so einen kuriosen Schriftwechsel, den du immer schief gefunden hast, oder? Ja, das war wirklich, also das war wirklich sehr kurios. Der Schriftwechsel handelte von der Übernahme der Kosten, die die Flöcke für den Zaun in den Straßen Frankfurts verursacht haben. Und das ging also, das war nicht ein Brief und auch nicht zwei Briefe, das sind gefühlt 20, 30 Briefe gewesen, die hin und her gingen zwischen dem Bürgermeister und dem amerikanischen Stadtkommandanten, wer denn jetzt eigentlich die Kosten für die Beseitigung dieser Löcher im Boden trägt? Da wäre ich gerne in den Kaffeeküchen dabei gewesen. Da kam dann bestimmt so der Brief zurück und dann nicht so, ach nee, da antworten wir jetzt wieder. Wer hat das dann schlussendlich bezahlt? Schlussendlich haben es die Deutschen bezahlt. Was nur natürlich ist, also auch die Schäden durch die, im Sperrgebiet zum Beispiel an den Häusern, zu Recht haben die Deutschen ihre Bürger dafür entschädigt. Ja, die Sache, also das hast du ja vorhin auch schon gesagt, das Sperrgebiet oder der Zaun wurde abgebaut, das Sperrgebiet in der Form eben ja zurückgenommen, der Wohnraum war aber weiterhin von den US-Amerikanern ja beschlagnahmt, beziehungsweise auch in Gebrauch. Das fing dann aber schon irgendwann an, dass so sukzessive dann die Amerikaner ausgezogen sind, oder? Ja, also es gab eigentlich nach dem Fall des Zauns, gab es nochmal so einen Moment, wo die Deutschen gedacht haben, okay, jetzt kriegen wir es zurück. Und dann gab es aber ja eine Phase, wo die Bi- und später trizonale Verwaltung hier in Frankfurt ansässig war. Und auch wenn dann die Gebäude nicht mehr genutzt wurden durch die Amerikaner, hatten die Angestellten in der Bi- und Trizone Anrecht auf diesen Wohnraum. Und deswegen hat sich das dann letztendlich nochmal verzögert. Und man kann sagen, wirklich mit der Rückgabe der Wohnungen, also im großen Stil. Im großen Stil sind die erst ab ungefähr zwischen 1952 und 1955 zurückgegeben worden. Wie wurden die Menschen dann informiert, dass jetzt ihr Haus wieder theoretisch oder grundsätzlich bewohnbar war? Ja. Es gab Anzeigen in den Zeitungen. Der Text war ungefähr, die amerikanische Verwaltung teilt mit, dass folgende Wohngebäude wieder freigegeben wurden. Dann kamen einfach die Adressen. Das heißt, man musste quasi in die Zeitung gucken, um zu sehen, ob das eigene Zuhause wieder bewohnbar war. Aber das war immer so auch sehr einzeln, ne? Also die Amerikaner hatten jetzt nicht so den Stress da wieder auszuziehen, oder? Nö, das war, also wie gesagt, am Anfang waren es halt einzelne Wohnungen, die zurückgegeben worden sind. Und erst, als man anderen Wohnraum geschaffen hatte für die Amerikaner, ist es dann im großen Stile zurückgegeben worden. Das heißt, man hat für die Amerikaner eigene Häuser errichtet? Genau. Das sind die in Frankfurt ja sehr bekannten amerikanischen Siedlungen. Hügelhousing Area, Plattenhousing Area als Beispiel. Das war es nicht so. Es war eine Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und der amerikanischen Regierung, die besagte oder mit dem Inhalt, Frankfurt wird Land zur Verfügung stellen, Grundstücke zur Verfügung stellen und der Bund wird Gebäude errichten, in denen amerikanische Familien während ihrer Zeit in Deutschland leben können. Wann wurden so die letzten Wohnungen und Häuser zurückgegeben? Also der große, der große Schwung war eigentlich 1955, weil da eben einige der Siedlungen fertiggestellt wurden. Und das letzte Gebäude, von dem ich weiß, ist 1963 gewesen. Also 18 Jahre danach. 18 Jahre danach, genau. Was wir jetzt gar nicht hatten, was aber quasi ja auch so in dem ganzen Kontext noch erwähnenswert ist, es gab sogar eine eigene Straßenbahnlinie. Genau. Es gab auch das beeindruckend ziemlich schnell ein ausgefeiltes Transportsystem, auch für sozusagen für die Leute, für die Amerikaner, die zur Arbeit mussten ins IG Farben oder die an den Hauptbahnhof mussten, weil sie nach Bad Nauheim fuhren oder sonst irgendwo hin. Und zwar gab es Straßenbahn, die hießen auch Roundup. Roundup war der Name der Amerikaner für das Sperrgebiet. Und die verbanden quasi die Römerstadt und das Sperrgebiet mit dem IG Farben, dem Haus der Metallgesellschaft und dem Hauptbahnhof. Krass. Da dürfte man auch einfach nicht mit rein? Nein, nein. Das war quasi auch Off-Limits. Man dürfte da nicht mitfahren. So, dann ist zusammenfassend eigentlich ja zu sagen, dass das große Sperrgebiet letztendlich vom 26. April 1945 bis zum 21. Juni 1948 bestand auf einer Fläche von 2,4 Quadratkilometern. 9.551 Wohnungen hast du herausgefunden, waren beschlagnahmend. Insgesamt waren über 14.000 Menschen betroffen. Und das unerlaubte Betreten des Sperrgebiets war ja auch nicht so einfach quasi, er war ja jetzt keine Bagatelle, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Das stand unter Strafe. Das hat 500 Mark gekostet oder alternativ, wenn man die nicht hatte, 20 Tage Haft. Das Ende des Sperrgebiets muss man aber auch ganz klar sagen, also der Abbau des Zauns, der ging jetzt nicht einher mit der Rückgabe der Wohnung, sondern es erleichterte nur den Weg der Bevölkerung durch die eigene Stadt. Die meisten Wohnungen waren dann in den 50ern zurückgegeben. Genau, in den Jahren 52 bis 55, also als die amerikanischen Siedlungen entstanden waren und man Ersatzwohnraum hatte für die in Frankfurt stationierten amerikanischen Truppen. Und genau, den Rest der Wohnungen oder die letzten Wohnungen sind 1963 zurückgegeben worden. Das IG Farmhaus war noch länger im Besitz der amerikanischen Behörden. Behörden, ja, bis 1994. Genau, und viel später wurde, oder was heißt viel später, einige Jahre später ist dann die Goethe-Uni dort eingezogen und seitdem dort drin. Andrea, vielen, vielen Dank, das hat Spaß gemacht. Mir auch. Hat mich gefreut, hab viel Neues gelernt und ich freue mich, wenn wir das mal wieder machen. Das machen wir ganz bestimmt mal wieder. Sehr cool, dann besten Dank. Und wenn ihr dort, die da zuhören, noch mehr aus Frankfurt's Geschichte erfahren wollt, dann findet ihr die auch auf meinem Instagram-Kanal damals in Frankfurt. Dort gibt es jeden Tag Neues aus der Geschichte der Stadt, die so facettenreich ist. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Vielen Dank.